Willkommen! Ein ganz besonderes Schnäppchen habe ich für Sie. Und zwar ein Planmodell 246 Miro von Willi Schillig als zweiteilige Ecke in einem neuen Flachgewebeschack Haarstoffgrau. Nun, Miro ist ein neues System, wo die Kunden sich Armlehnen, Sitzhöhe, Rückenhöhe und so weiter alles konfektionieren können. Und das ist eine Garnitur, eine Mustergarnitur, wo einfach die Wirkung von dem Stoff getestet wurde. Und die Garnitur ist mittelsoft gepolstert, also Kaltschaum, mittelsoft, unten drunter Nossack. Wenn Sie also lieber drin wie drauf sitzen, ist das Ihre Gruppe. Sehr neutral, Sie können sehr schön dekorieren mit Kissen und Sie können natürlich hier wunderbar auch liegen. Einmal, Kugelschreiber von Schillig, zweimal und natürlich auch so rum. Miro von Willi Schillig braucht nicht viel Platz. Davor stehend links, also der lange Schinkel, 2,68 Meter und davor stehend rechts 1,86 Meter, also unter 2 Meter. Eine Garnitur für Leute, die nicht so viel Platz haben, was Klassisches wollen, mit einem soft, weichen Sitzkomfort, mittelsoft. Das ist Miro. Und das Beste daran ist der Preis. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.